Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Jetzt haben wir zwar nicht mehr so viel Zeit, aber... Ja, guten... Ich würde fast schon sagen, guten Abend. Bei mir ist es gerade relativ spät. Wenn ich zur Folge aufnehme und hier... Deutschland habe ich noch an... Ja, morgen, beziehungsweise, wenn ihr das jetzt seht, ist heute das Spiel. Gegen Ghana, es geht ums Weiterkommen, aber das soll uns jetzt gar nicht großartig interessieren. Ich bin jetzt relativ spät noch wach nachts. Einfach aus dem Grund, weil ich mich jetzt rächen möchte. Ich habe jetzt relativ lange gewartet, bis derjenige mal endlich aufgegangen ist. Es stand immer, kann nicht angegriffen werden, er ist noch online. Ich dachte so, geh doch endlich schlafen, Junge. Und dann dachte ich mir so, ja, warte halt noch, warte halt noch, warte halt noch. Dann ist er noch immer noch nicht pennen gegangen, jetzt ist es endlich soweit. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben noch nicht ausreichend genug Truppen. Scheiße. Wir haben noch nicht ausreichend genug Truppen. Na. Was soll der Scheiß? Eieiei. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir wären fertig gewesen. Na gut, 138. Truppen. Ja, ist doch nicht das, was ich mir überlegt habe. Ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Cut. Denn ich muss, nee, warte, wir kundschaften ihn erst aus. Und bitte, ey, bitte sag mir, wir können ihn gleich noch angreifen. Warte mal. Bitte. Guckt die, guckt euch an, ey. Ich habe voll, ich habe voll viel verloren zuletzt. Warte, war er das? Ja, er war das. Ich hätte es noch gesagt in der Aufnahme. Ich habe nur gesagt, bis weit, du kriegst noch auf die Fresse. Ich habe es noch gesagt. So. Jetzt kriegt, jetzt kriegt er vielleicht wirklich auf die Fresse. Aber die Base ist auch... Ah, die ist stark, ey. Die ist stark. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich will es probieren, auf jeden Fall. Und seine Helden schlafen auch noch. Ich muss gewinnen. Ich bleibe mich ganz ruhig. Er baut einen Turm aus. Er baut Luftabwehr aus. Das heißt, da oben, ich habe noch Lakaien. Oh, noch Lakaien drin in der Klarenburg. Aber alles zu seiner Zeit. Ich warte jetzt mal eben kurz, bis das fertig ist. Ach, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Es ist unglaublich. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr aufnehmen heute. Ich wollte eigentlich morgen... Morgen kommen noch... Beziehungsweise, wenn ihr das jetzt seht, kommen noch Besuche. Oder die kamen vielleicht schon. Ich weiß nicht genau, wann ich die Aufnahme mache. Ob das die um 17 Uhr ist oder um 14 Uhr. Auf jeden Fall habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch vor Besuche zu machen. Und ja, ich war so aufgeregt, weil ich jetzt hier unbedingt das noch machen wollte. Und deswegen muss ich das jetzt unbedingt machen. Na gut. Wir warten eben noch ab. 140 von 200 kann ja so lange nicht mehr dauern. Genau 200 habe ich jetzt hier in 12 Minuten. Ja, ich mache einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. Ja, sind wir wieder zurück. Und ich habe gerade mal den Gegner ein bisschen beobachtet. Er ist stark. Er ist richtig, richtig stark. Verdammte Scheiße. Ich habe es wirklich unterschätzt. Es wird, glaube ich, wieder ein... Ja, es wird ein Fail werden. Ich weiß nicht genau. Die Clarenburg ist mit 25 voll. Ich weiß nicht, ob ich angreifen soll. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch irgendwen anders finden, den wir angreifen können. Wir haben jetzt so eine geile Truppe zusammen. Ich muss mal gucken. Dario. Wollte ich eigentlich angreifen, ging nicht. Dunk. Was ist denn mit Dunk? Oh, geht auch. Geht auch. Geht auch. Ja, zu wenig, ey. Ja, zu wenig. Ich werde zur Not werde ich ihn natürlich angreifen, den guten alten. Wie heißt er? Bisweit. Bisweit werde ich angreifen. Aber nur zur Not, wenn es nicht anders geht. Ja, den Chinesen können wir nicht angreifen. Ähm, was ist denn mit Lippi? Auch nicht. Was haben wir sonst? Wir gucken einfach mal so durch. Ihn hier hatte ich schon mal. Ah, okay. Kann ich nicht mehr. Hatte ich schon mal ausgekundschaftet. Urmelo von den Feuerhämmers. Geht. Oh. 50 Pokale. Aber viel zu wenig... Viel zu wenig Zeug eigentlich, oder? Und dafür viel zu starke Sachen. Ich bin gerade noch wirklich am Überlegen. Ne. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn... Ich werde so failen, aber... Ich will es eigentlich machen, aber ich weiß, dass ich so ultra failen werde, weil der echt stark ist. Wirklich. Richtig, richtig stark. Den hatte ich denn hier noch? Urmelo und... Wir können ja mal weiter... Wir gucken eben noch ganz kurz weiter. Oh, das war schon scheiße. Ach man, ich will ihn nicht angreifen. Der ist... Der ist so stark. Ich hab mich eben echt im Kopf um den Kragen geredet. Okay. Es muss sein. Ich muss mich dem jetzt stellen. Ich muss... Ich muss jetzt auch kämpfen wie ein Mann. Das nützt ja alles nichts. So. Wir locken jetzt mal die Truppen raus hier. Wobei... So starke Truppen kommen da ja jetzt erstmal nicht raus. Kriegt er mich? Ne, die kriegt mich nicht, oder? Die Kanone? Ne, die kriegt mich nicht. Äh, der Minenwerfer kriegt mich nicht. Na gut. Opfere ich jetzt mal eben kurz meinen König für. Ja. König ist gleich tot. Okay. Oh, seine Königin ist auch tot. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch was in der Klamurg drin hat. Wir gucken jetzt einfach mal. Ne, doch, doch. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. Einiges noch. Ui. Einiges noch. Und Magier hat er auch noch in der Klamurg. Ei, 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 ei. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wo wir den mal hinlocken können. Wo irgendwie noch ein bisschen Platz ist hier. Hier oben. Hier oben ist noch ein bisschen Platz. Ich habe zwar 31 Schweinreiter, aber es wird echt übelst knapp werden. Ei, 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 ei. Wir greifen jetzt mal hier an. So, der ist tot. Ich habe gleich nichts mehr zum Angreifen. Das ist das Problem. Ich habe nur die Schweinereiter jetzt. Was soll ich denn damit machen? Soll ich denn nur mit Schweinereitern anfangen? Ihr seid ja lustig, ey. Boah, leck mich am Arsch, ey. Leck mich am Arsch. Das wird nicht schwer mit nur mit der Schweinereiter. Hm. Boah, leck mich am Arsch. Das wird echt nicht einfach. Na, toll, hier oben. Jetzt muss er die Königin hinterher schicken. Jetzt muss er die Königin hinterher schicken. Los, Schweine. Macht es kaputt. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Jawohl. Ein geilster Angriff. Es könnte er... Es könnte er... Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Jetzt haben wir zwar nicht mehr so viel Zeit, aber die schwärmen zum Glück noch aus und kümmern sich jetzt noch wenigstens um ein paar Ressourcen. Oh. Göttlich. Es hat sich... Es hat sich alles ausgezahlt. Alles. Die ganze Warterei. Weil sie jetzt noch die ganze Scheiße hier kaputt machen von ihm. Obwohl wir vielleicht nicht alle Ressourcen bekommen, aber es ist auch scheißegal. Oh, aber doch. Fast. Die lagern wir gleich alle. Jawohl, ey. Das freut mich echt, ey. Da merkt man wirklich, das Spiel bedeutet mir echt einiges. Dass man sich auch über solche Kleinigkeiten noch freuen kann, wirklich. Du dummer Sack, ey. Du hast mich so zerstört. Jetzt hast du es zurückgekriegt. Jetzt hast du es zurückgekriegt. Mann, ey. So muss das doch. So muss das. Er war zwar nicht der größte Raub, aber ich habe ihn echt... Ich habe es ihm gezeigt. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte ihn... Ich wollte ihn zerstören. So. Huuuuh. Das war ja mal ein geiler Angriff, würde ich mal sagen. Das ist halt... Das war wirklich mal eine der... Das war eigentlich, muss ich fast sagen, die geilste Aufnahme mit ever, die ich hier hatte bei Clash of Clans. Muss ich wirklich mal sagen. Hat sich gelohnt. Hat... Das macht auch richtig... Das macht auch richtig Spaß, wenn man mal... Ein bisschen gefordert wird. Wenn man mal wirklich mal ein bisschen... Ja, mal ein bisschen den Gehirnschmalz auch mal anstrengen muss. Wenn man mal wirklich mal überlegen muss, greife ich den jetzt an und dann hat man so ein bisschen, äh... Wirklich so ein bisschen Bammeln in der Buchse und denkt man sich so, oh, kann ich jetzt nicht machen. Der fickt mich doch wieder oder... Na, das war jetzt vulgär. Also er zerstört mich. Ich habe keine Chance und ich werde wieder failen, weil ich... Ja, auch wirklich schon... Ihr kennt mich. Wirklich schon sehr lange. Ich habe schon oft gefällt, ganz ehrlich. Und... Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, Leute. Hat sich wahrscheinlich auch für euch gelohnt, dran zu bleiben. Es war wirklich mal ein geiler Angriff. Wir haben es geschafft. Die Schweinereiter haben es doch mal gerissen. Er kann sich nicht mehr rächen. Er hat mich ja schon angegriffen. Kann ich jetzt beruhigt ins Bett gehen. Ich habe jetzt auch hoffentlich bald endlich mal die 3,5 Millionen zusammen für meine... Oh, ne, ich brauche 4,5. Gerade in Gedanken war das gewesen. 4,5 für meine Barbaren. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht es gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Deutschland anfeuern. Ciao, Leute. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Die geile, die geile Rache. Ciao.